Gibt's ganz noch rum? Ah Kennen wir doch schon Als ob ich das hier nicht sehen würde Oh, hi! Auf der anderen Seite auch noch was? Nö, ach da müssen wir hoch Ähm, 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 lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe Ist das hier nicht schon mal hoch? Wir müssen da rechts hoch, glaube ich Komm her Luftkampf! Deutsche Luftwaffe Scheiße Mit denen hätte ich mich nicht anlegen müssen, aber ich wollte es so Ah, das waren sogar beide Okay Okay, okay, wir berappen uns jetzt ein bisschen So, die kann ich mittlerweile Das ist schön und gut Jawoll! Das war ein erfolgreicher Angriff Diesmal auch ohne Schaden zu kriegen Tschuuu! Ups! Wo haben die das Gefäß? Ah, da ist das Gefäß Attackeee! Tja, okay Verdient! Tju 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 tju! Ja, wir könnten die einfach ignorieren, aber ich hab Bock Wir werden nicht kapitulieren Okay, ich sollte Das hat keiner gehört So So Weiter geht's Okay Okay Das war eigentlich nicht geplant mit dem Stampfen, aber das sah ziemlich nice aus Bistig! Warum bin ich da nicht einfach weggeflogen? Ich wollte mich echt noch mit dem anlegen Also Luftkampf muss man auch mal üben, vielleicht wird das später nochmal wichtig Und wir Können's jetzt So, diesmal ohne Schaden zu kriegen Okay, weiter geht's Next one Ich fordere dich heraus nach einem du-du-du-du-du-du-du-dull Du, äh, das ist knapp Okay Okay Ups Hier hängt aber ein bisschen Hier hat ein bisschen Legs Die Frau So, hier fehlt doch noch einer oder haben wir sie alle? Haben sie alle Mal gucken, dass wir den hier platt kriegen Dann locken wir an Mann, eigentlich wollte ich das Ja, abspeichern Leute, wir können ja abspeichern Einfach mitten am Hang Halt deine Scheiße da Das kann man nicht wahr sein Das kann man nicht wahr sein Ich kann mich einmal von so einem Ding treffen Unbeabsichtigt und dann Wird es einem direkt so In Rechnung gestellt Oh, oh, oh Nein, 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 nein Na, ich will einen nach dem anderen, bitte Nicht alle gleichzeitig Bitte anstellen, die Herren Okay, so, next one Bam Bam In your face Bam Oh, doch nicht Der aber But Schauen wir mal den nächsten Das ist, glaube ich, eine viel schnellere Art und Weise Die zu klatschen, als Ich bis jetzt jedes Mal Okay, da geht's weiter Gegen vier Das ist kein Problem Haben wir immerhin gerade Ein Level abbekommen Frage ist, was ist hier Ich habe das Gefühl, wir können hier überall lang Links lang, rechts lang Nach oben Ähm, okay, okay, okay Okay, okay Can you stop that Please Okay, da können wir auf jeden Fall lang, weil da ein Schlüssel ist Schlüsselfragment Boah, das ist ja knapp Das ist ja knapp Kannst du mir Ich dachte, der hüpft jetzt hier vielleicht drauf Na gut, da müssen wir zurück Den Weg, den wir gekommen sind Und da noch weiter hoch Da ist noch so Wow, what the fuck Ich wollte da gerade landen, aber Da sind überall Okay, das ging Das ging eigentlich ganz gut, klar Äh, so Da kommen wir auch nicht durch Wenn ich das richtig sehe Ja, da kommen wir nur wieder runter Und hier haben wir noch Nicht zu weit runterfallen Oder da können immer mal wieder Dornen sein Da links ist noch einer Oh, das ist Okay Auch wenn wir es nicht brauchen Oder vielleicht doch Wir haben drei Punkte Was macht das hier nochmal? Mit Stärke und Radius des Lichtstrahls Was auch immer für Lichtstrahl Egal, wir speichern nochmal ab Ach, wow Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss Jawoll Jawoll Ah, hier ist die Tür Durch die wir am Ende müssen Da hoch kommen wir nicht Dann Da wurde übel Hier lang Die haben wir zwar gerade auch schon platt gemacht Aber egal Also wir müssen eh gar nicht da Da haben wir noch einfach jeder You take that back Das hat den nicht mal getroffen Was? Was? Also wir haben zum Glück hier abgespeichert Das müssen wir jetzt eh noch nicht machen Weil da die Tür ist Ich will den letzten immer so machen Voll dumm Was? Hab ich echt recht getroffen Also den letzten versuche ich immer mit Normalen Angriffen zu machen Ach, alter Jetzt glaube ich aber Es hackt So Jetzt aber Keine Güte Brauchen wir die? Ich habe das Gefühl, dass wir die brauchen Da geht es auch noch an Wow Ah, wir können uns auch an den Stein hoch Okay Steinchen, Steinchen, Steinchen So So, sind wir die los I have no idea where I'm going Ich hatte das doch richtig gemacht So Also die Wir brauchen die auf keinen Fall So Aber wir hier die Steine schon haben An denen wir uns hoch prügeln können LOL Guck mal, wie die aussieht Das hat der auf jeden Fall wehgetan So Ähm Steine, Steine Please Steine, 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 Steine Das kann doch nicht wahr sein Nur weil der da einmal verkackt hat Und er es nicht geschafft hat, nah genug ranzukommen War nicht meine Schuld Diese Vögel, ne Das sind die Gegner, die mich am meisten abfucken Verpiss dich Ich war doch gerade am stampfen Äh, hallo Noch einer, noch einer Please Dankeschön Also den töten wir jetzt Und dann speichern wir nochmal ab Damit wir den nicht jedes Mal neu machen müssen Ops Ähm Ich wollte gerade sagen Wir sneaken uns einfach an der Eule vorbei Geht aber nicht so ganz Oh, jetzt BAM Oh, das Hat nicht geklappt Ich wollte der den Stein in die Fresse hauen Der ist aber einfach durch die durchgeflogen So Das Ganze ist schwieriger als gedacht So Okay, wir gehen wieder in den Luftangriff gegen die scheiß Viecher Ähm Stein, 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 Stein So Warum tust du mir das anspielen Ich wüsste mal gucken, ob da unten irgendwas ist Ich wollte doch gerade loslassen Was Diese eine Vogel, ne Ich habe doch gedrückt Was ist los Das ist einfach nur ein Scheißgegen Ah Ich dachte ich kaputt Das hat mich auch noch von so einem Stein treffen müssen Weiß nicht, was schlimmer ist Diese Vögel mir so auf den Sack gehen Nein, 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 nein Nein, 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 nein Gib mir einen Stein, gib mir einen Stein, gib mir stein Nein Nein Das hat auch nicht funktioniert Nein Team Kann ich gett ein Rockpiece Thank you ist gestorben war uns liegt aber ich hoffe dass er jetzt keiner respond von den wenn ich auf spreche weil der eine tut hier ist schon wieder gerüst worden so das einfach noch noch eine okay das war schon mal erfolgreich da oben ist eine kartenfragment wenn ein stein kommen würde ich glaube ich muss eine doch nicht ich wollte gerade sagen ich glaube ich muss machen dass er auf dem boden schießt aber ich kann doch einfach selber durch stampfen da da ist das kartenteil was zur hölle das ist noch ein stückchen von wegen das ist ein kleines gebiet das dauert wohl noch was bis wir da durchkommen sind ich automatisch weichert wenn man dieses kartensteinfragment einsetzen also unendlich viel energie haben auch nicht mehr deswegen würde ich jetzt nicht einfach nur wegen diesem fragment war ja nichts ich kann noch schnell reagieren einfach an der wand kleben bleiben nein da wollte ich nicht hin da oben geht es nicht durch da ist noch ein fragment sieht so aus als wäre das links das ist hier auch aber da kommen wir nicht hin das ist von einer anderen seite das probieren oder von oben an die oben ging es nichts mehr da waren wir schon ja also sind links dann irgendwie links lang also eben schon mal durch ne das geht ja ach wir können einfach so gut gemacht oder waren dort so gut gemacht und dann einfach beim letzten schuss verkackt da trifft mich glaube ich doch der trifft okay war einfach versteckt und dürfen wir eigentlich alle haben ich mag es sehr nicht zu sterben ich mag es sehr nicht zu sterben